Musik Hallo, mein Name ist Tauvian. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Jura im siebten Semester. Ich bin der Vorsitzende der liberalen Hochschulgruppe und führe auch deren Liste an. Wir sind liberal, das heißt wir stellen die individuelle Freiheit in den Mittelpunkt. Konkret bedeutet das, dass wir nicht glauben, dass die Universität oder die Studierendenvertretung pauschal Antworten für über 30.000 Studenten treffen können. Die liberale Hochschulgruppe sieht sich selbst als gestalterische Kraft im Studierendenparlament. Wir wollen dabei aber eine gewisse Vernunft beibehalten. Das bedeutet, wir wollen nicht des Gestaltens wegen etwas gestalten, sondern nur dann etwas an Projekt anstreben oder umsetzen, wenn es tatsächlich Vorteile bietet und immer unter der Maßgabe, dass es nicht nur einer bestimmten Gruppe Vorteile bietet, sondern allen insgesamt Vorteile bietet. Ganz grundsätzlich glauben wir, dass die Studierendenvertretungen sich viel zu sehr mit sich selbst beschäftigen und weniger für die Studierendenschaft an sich da sind. Auch da möchten wir etwas ändern und tatsächlich konkrete Lösungen anbieten, statt immer wieder in Grabenkämpfen zu versinken, die teilweise ja auch koalitionsintern ausgetragen werden, damit das Studierendenparlament vollkommen unflexibel und auch arbeitsunfähig macht. Zum Thema allgemeinpolitisches Mandat haben wir ebenfalls eine Position. Wir sind der Ansicht, dass man als Universität und als Studierendenvertretung natürlich Teil der Gesellschaft ist, wie es auch die in dieser Sächsischen Landesverfassung vorsieht. Wir leiten daraus aber kein absolutes allgemeinpolitisches Mandat ab, sondern denken, dass gerade dann eine gesellschaftliche Stellungnahme und auch eine universitäre Stellungnahme erforderlich ist, wo die Universität ganz konkret in der Gesellschaft auftritt. Ja, für die kommende Legislaturperiode, in der wir im Studierendenparlament vertreten sein möchten, ist unsere absolut oberste Priorität, dir persönlich mehr Freiräume zu schaffen. Konkret bedeutet das, dass wir Anwesenheitspflichten, die teilweise auch gegen die Beschlusslage immer noch durchgesetzt werden, abschaffen möchten. Und Anwesenheitspflichten nur dann für legitim halten, wenn es sich tatsächlich um ein wirkliches Seminar hält und nicht um eine Vorlesung, die nur als Seminar beschrieben wird. Es ist zurzeit so, dass häufig Professoren, deren Vorlesungen nicht so gut besucht werden, einfach sagen, das ist jetzt ein Seminar, ohne dass diese Vorlesung oder Veranstaltung überhaupt einen Seminarcharakter hat. Das halten wir für illegitim und möchten das abschaffen. Weiterhin setzen wir uns stark dafür ein, dass studentischer Wohnraum geschaffen wird. Allerdings möchten wir uns dabei nicht darauf einlassen, dass irgendwelche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, sondern möchten ganz allgemeine Lösungen für eine bessere Wohnungslage in Göttingen finden. Ich denke, jeder von uns kennt das, dass er zu Semesterbeginn erst ganz kurz, ich habe zwei Wochen bevor ich mein Studium begonnen habe, eine Wohnung gefunden. Andere finden überhaupt keine Wohnung über Monate hinweg. Und das kann nicht sein und sollte geändert werden, ganz einfach, weil man sich im Studium auf das Studium und nicht auf die Wohnungssuche oder auf den Umzug konzentrieren sollte. Weiterhin finden wir, dass eine gewisse Gleichbehandlung der unterschiedlichen Fakultäten stattfinden muss. Ich selber studiere hier Jura, das heißt, ich bin am Zentralkampus. Für Leute, die am Zentralkampus studieren, ist das Studentenleben sehr einfach. Wir haben eine super Mensa, wir haben durch das neue LSG super Lernräume, aber am Nordcampus sieht die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Und wir glauben, dass eine Gleichbehandlung dahingehend stattfinden muss, dass auch die Fakultäten, die weiter weg vom Zentralkampus angesiedelt sind, aktiv gefördert werden müssen. Denn natürlich sind die juristische und die wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten die größten Fakultäten der Universität. Das bedeutet aber nicht, dass es vielleicht auch die erfolgreichsten sind. Ganz im Gegenteil ist das berühmte Nobelpreiswunder, insbesondere den naturwissenschaftlichen Fakultäten, zuzurechnen. Ich glaube, da müssen wir ansetzen und diese Fakultäten ganz konkret fördern. Zuallererst ist mir ganz persönlich und auch der liberalen Hochschulgruppe wichtig, dass du überhaupt wählen gehst. Denn wir haben in Göttingen tatsächlich, wenn man sich andere Universitäten anguckt, eine recht gute Wahlbeteiligung. Trotzdem ist bei 29 Prozent Wahlbeteiligung. Da kann man nicht wirklich von einer absoluten Legitimität des Studierendenparlaments reden. Uns solltest du wählen, wenn du der Ansicht bist, dass du am allerbesten entscheiden kannst, wie du zu studieren hast. Solltest du wählen, wenn du der Ansicht bist, dass man dir mehr Freiräume lassen sollte, dass man dich entscheiden lassen sollte, ob du zu einer Vorlesung gehst, ob du sie dir vielleicht im Internet angucken möchtest oder ob du viel lieber zu Hause lernst. Und solltest du außerdem wählen, wenn du der Ansicht bist, dass man verschiedene Gruppen nicht gegeneinander ausspielen sollte, sondern immer einen Konsens finden muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017